Eine exquisite Torte für den schönsten Tag in Ihrem Leben gefällig? Die Bäckerei Schama aus Hangelsberg im Südosten Berlins kreiert Zuckerbäckerei auf allerhöchstem Niveau. Das Traditionsunternehmen, in dem Herr Schama als Bäckermeister und seine Gattin als Konditorin am Werk sind, ist auf eine Vielzahl von Brotsorten und Torten für besondere Anlässe spezialisiert. Durch die geradezu verblüffende Kreativität der Konditorin sind die Torten zum beliebten Extra auf vielen Feiern der Hauptstadt und des Umlandes geworden. Das weitum bekannte und beliebte Hangelsberger Landbrot wird von Bäckermeister Schama mit vielen Jahrzehnten Erfahrung hergestellt. Das Geheimnis des Meisters? In seiner Backstube wird ausschließlich mit Butter und besten Rohstoffen gebacken. Herr Schama ist Obermeister der Bäckerinnung, seine Frau Mitglied der Prüfungskommission. Zahlreiche Goldmedaillen zeugen von der Klasse des Betriebes.